Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Weiter geht's durch die dunkle Höhle. Hier hin. Okay. Hier hin. Keine Zeit für dich. Okay, ja mal wieder Licht. Hä, was hat mir jetzt der kleine Exkurs jetzt eigentlich gebracht? Wir sind ja wieder an der Stelle, wo wir Licht haben, hä? Aber, ich hab grad was gesehen. Okay, jetzt muss ich schneller gehen. Oh, nee, Mutti. Oh, nee. Dafür bin ich auch viel zu langsam. Krieg ich doch nicht hin. Ja, hier oben ist Erz und das würde ich gerne noch mitnehmen wollen. Oh, nee. Hä, wie komisch denn da, Mann. Gut. Machen wir es so. Cheaten wir halt ein bisschen. Aber hier waren wir ja schon, ne? Das war ja... Ja, die ganz komische Stelle. Da, jetzt haben wir es. Da ist es. Das ist ein wunderschöner Erz. Mehr wollte ich hier gar nicht snacken. Ich wollte mir nur das Erz snacken. Da haben wir das schon mal. Und hier oben. Aua. Das wäre hier, ne? Ah, okay. Warte mal, das müsste man doch auch eigentlich so schaffen. Komm her, Spidey, schießen noch mal. Jawohl, da haben wir das hier auch. Ja, da haben wir erst mal hier alle Geheimnisse erforscht. Das ist doch schön. Das heißt, wir können uns jetzt erst mal hier heilen. Ich habe es vergessen. Und ja, hier oben, das brauchen wir ja erst mal nie. Wir haben ja jetzt hier überall Licht. Ich habe zwar noch nicht so ganz verstanden, was uns das jetzt gebracht hat, der kleine Exkurs. Aber, er ist halt da. Okay. Okay, okay, okay. Ach, hier war gar keine... Ach, das Fieber war die Lichtquelle. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich glaube, das Insekt... Genau, das Insekt ist die Lichtquelle. Okay. Komm mit. Okay, wunderbar, da haben wir das auch. Und jetzt können wir mit dem Fluttermann wieder zurück. Okay, okay, okay. Ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Oh, nee, jetzt kommt... Ich werde doch nie wieder hier hochkommen, oder? Scheiße. Na, ich muss mit dem Fluttermann wieder zurück. Das ist ja ganz große Klasse. Ja, okay, das war doof. Aber, wir sind jetzt hier wieder, ne? Wir haben alles, okay. Okay. Hä, wie? Ach, von hier aus. Ah, okay. Okay, ich habe es gecheckt. Ist gar nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. So, jetzt haben wir beide Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier weiter durch. Ich bin aber gerade noch am... Überle... Ups. Nochmal. Ey, ich sehe manchmal... Ach, ich bin manchmal echt doof. Ich sehe manchmal wirklich nicht, was es jetzt hier gibt. Okay, für das Wasser haben wir keine Lichtquelle. Also, zumindest jetzt noch nicht. Das heißt, das bringt uns noch nichts. Okay. Sag mal, hier bin ich auch irgendwie Falsches. Hier bin ich viel zu weit oben. Öffne dich, Türo. Bitte. Jetzt haben wir wieder zwei Wege. Gut, dann gehen wir erst mal den hellen Weg. Das checke ich jetzt zwar nie, aber gut. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber irgendwie war das gut. Ach, damit haben wir hier eine Lichtquelle. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Öff. Okay. Jetzt haben wir hier wieder... ...tausend Wege. Welchen gehen wir zuerst? Gehen wir zuerst den, oder? Sollen wir zuerst den gehen? Okay, hier kommen wir nicht längs. Gut, also gehen wir erst mal hier lang. Dann müssen wir definitiv, denke ich mal, hä? Okay, hier hinten kommen wir, glaube ich, allgemein noch nicht lang. Wir müssen notgetrunken hier lang gehen. Kann man eigentlich die Pflanzen? Nee. Das sind hier alles... Ist euch doch mal aufgefallen, dass es hier alles irgendwelche Insekten sind? Die Steine? Oder das Insekten kann kleben? Das ist komplett eklig. Das ist voll doof ohne Licht, weil ich habe immer ganz ehrlich das Gefühl, dass hier irgendwo ein Secret ist. Ja, das war shit. Okay, nochmal. Boah, ich stelle mich aber gerade auch am ersten Mal wieder heilen hier. Ein Teleporter, sehr schön. Erstmal heilen und speichern. Das ist immer gut. Jetzt sind wir auch hier oben, wo wir zuerst hinwollten. Siehste mal. Ah, fuck! W-w-wieso? Wolle doch gar nicht hier lang. Ist das ein neuer Weg? Ja, ist ein neuer Weg. Okay. Okay, hier unten haben wir wieder eine Tür. Hier haben wir wieder eine Tür. Hier kommen wir noch nicht lang. Gut, das heißt, wir machen jetzt hier lang. Und ich will mein Schwert wieder haben. Okay. Können wir uns klein nochmal hier heilen. Auch wenn wir das jetzt nicht brauchen. Also, wir sterben ja so oder so dann in der Dunkelheit. Relativ schnell. Tickt der nicht runter? Hat mich das Vieh jetzt wirklich verarscht? Du blöde Arschkuh. Jetzt mal ganz ehrlich. Willst du... Ach, was ist denn das für eine blöde Arschkuh? Ne, verarschen kann es sich selber. Ich will da zur Lebenszelle. Moment. Okay. Das Vieh macht dir hier ne... Ja, das... Ja, okay. Das könnte machbar sein. Das war doof. Komm, sterb. Ja, wir müssen relativ schnell... Ich glaube, das war auch schon fast zu schnell. Ja, ungefähr so. Ihr habt es gesehen. Aber da oben ist halt noch ein Weg. Deshalb bin ich auch ein bisschen der Meinung. Aber wisst ihr was? Wir lassen die Zelle jetzt erstmal Zelle sein. Die kriegen wir schon irgendwie. Ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass die Hülle irgendwann ausgeleuchtet wird. Aber ich glaube eher weniger. Hä? Okay, das Glühwürmchen bringt mir ja gar n... Hä? Okay, für was ist denn das? Moment. Und das können wir nur von der anderen Seite öffnen. Okay, also das bringt uns hier unten jetzt erstmal gar nichts. Boah, ich stelle mich aber jetzt gerade auch an, wie der letzte Mensch, ey. Muss man ja schon mal sagen. Was? Kann man das kaputt machen? Ne, ne? Bringt mir also nix. Okay, wir haben hier oben den Schlüsselstein. Darunter kommen wir noch nicht. Das heißt, wir müssten ja... Aber wir haben ja beide. Hä? Ich bin ja doof. Wir haben ja beide. Da war ja was. Okay, hier gibt es zwei Wege. Dann nehmen wir erstmal den nach oben. Oh oh. Nee, Mutti. Wir wollen ja den erstmal hier nehmen, ne? Nach unten wollen wir ja noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal... Ach, die, 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 die ekligen Viecher hier. Die darf ich echt null berühren, ey. Okay, damit haben wir hier so einen kleinen Weg jetzt geschaffen, der uns absolut gar... Ah, wirklich gar nix bringt. Ah, der bringt uns wirklich absolut gar nix jetzt gerade. Es ist der Weg wieder zu. Ach komm, wir nehmen dann den hier. Egal. Wir wissen ja, das ist jetzt einfach nur... ...ein kleiner Rückweg. Okay, und jetzt sind wir hier. Wunderbärchen, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Geh mal ganz kurz hier lang. Nee, mach ich doch nie. Ach, ich würde halt so gerne immer erkunden, aber... Das ist hier nie wirklich möglich. Zumindest nicht so, wie ich das gerne tun würde. Ja, ich sterbe. Ähm. Ah, der Weg bringt uns jetzt auch überhaupt gar nix, ne. Und hier komme ich wieder ganz normal hoch. Also das bringt uns jetzt auch überhaupt nix. Ich würde halt immer nur gerne die Karte halt aufgedeckt haben. Und jetzt habe ich hier Sprung hier geschafft. Okay, also man darf sich hier wirklich gar keinen Fehler erlauben, ne. Also hier ist es echt kritisch. Ich bin ja noch der Hoffnung, dass man das dann irgendwann hier alles ausleuchtet. Dass man einfach wirklich besser erkunden kann. Okay. Ja, das könnte ich eigentlich schaffen. Das ist machbar. Aber wir machen es einfach von hier aus. Bringt mir absolut gar nix, glaube ich. Kann das sein? Ja, gut. Schön, dass wir halt drüber sprechen konnten. Ähm. Geht doch da ran. Danke. So, wenn ich jetzt den Weg laufe, denke ich mal, werde ich das Stückchen hier haben. Okay. So, wenn ich jetzt den Weg laufe, denke ich mal, werde ich das Stückchen hier haben. Also, das ist schon eine sehr, sehr interessante Passage. Muss man ja sagen. Die Passage ist schon interessant. Ist jetzt nicht so meine Lieblingspassage. Aber ist okay. Weil ich, ich habe halt, ja, ich möchte halt entdecken. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich möchte halt alles so ein bisschen erkunden. Was natürlich jetzt nicht so wirklich möglich ist. Und wir wissen, was auf uns in der nächsten Folge zukommt. Die wunderschöne Geisterprüfung. Und ja. Ich bin gespannt, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Ich denke mal schon. Ja, bis dahin. Tschüssi.